Was jetzt? Was passiert nach Solingen? Wieder nur wohlfeile Worte, wieder nur Betroffenheit und Anteilnahme? Die längst bekannten Sätze, Politik, Justiz, Verwaltung, alle gedenkende Opfer hinterher. Warum denkt keiner an mögliche Täter vorher? Fakt ist, die Migration made in Germany ist gescheitert. Zu blauäugig, zu naiv, zu wohlmeint, mit einem Wort zu lieb. Ja, es kommen Menschen, die vor Terror fliehen. Es kommen aber auch Menschen, die Terror mitbringen und Gewalt, die keine Achtung haben vor unseren Werten, vor unserer Freiheit, vor unserer Art zu leben. Es kommen Opfer und Täter gleichermaßen. Und alle dürfen rein und bleiben, weil wir nicht wissen, wer ist was. Und genau das ist das Schlimme. Ein Staat, der nicht weiß, wer hier ist. Ein Staat, der es vielleicht gar nicht wissen will, weil er sonst handeln müsste. Grenzen kontrollieren, Handydaten auswerten, Identität feststellen, vielleicht schon im Ausland. Ginge alles, ist aber unbequem und trifft auf Widerstand. Schließlich ist Asyl ein Grundrecht. Das stimmt. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, aber eben auch. Und das gilt für alle Menschen im Land. Auch das hat der Staat zu schützen. Und zwar besser als bisher. Schluss mit wohlfeilen Worten. Es ist Zeit, dass sich was ändert. Einmal was. Schlaf dasäftige Unversehrtheit, ist massive. Untertitelung des ZDF, 2020